Für diese Windlichter braucht ihr Glitzer oder Glitzerkonfetti, ein Kleister. Als erstes nehmt ihr euch ein Windlicht und ein wenig Kleister und streicht da einfach unten das ein bisschen ein. Da könnt ihr gucken, ob ihr das gerade haben wollt oder wie ich hier so ein bisschen unregelmäßig. Dann nehmt ihr euch hier Glitzer und streut das einfach so da drüber. So, das war jetzt ganz normales Glitzer. Dann gibt es auch noch Glitzerkonfetti. Damit werde ich das Ganze jetzt auch nochmal machen. Und auch das wird einfach hier so drüber gestreut. So, hier nochmal ein bisschen. Ich finde die Windlichter für Weihnachten sehr schön, aber auch für Silvester. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.